Wenn jemand im Sehen möchte, wo Freiheit aussieht oder auszusehen hat, dann einfach mitkommen. So sieht eine schöne Schürtstürz aus. Freiheit und weiße Pracht. Sieht man was hier? Nein. Heißt du da? Wo ist auch noch auf? So, weiter. Ja. So hoch. Also die... Die Stehe, der war so. Tiefstehen als das. Also, let's go. Das ist Freiheit. Freiheit ist das hier. Freiheit ist das hier. Weg bin ich. Tiefschnee ist nicht so einfach. Obwohl das Ding dafür gebaut ist. Aber wenn ich ihn nicht mehr sehe, dann frage ich. Wo ist er denn und was kommt er denn unterbrechen zu sehen? Das war der Kugel-Eis, was mein Sohn gemeint hat. Da hab ich immer gefragt, wo der ist. Da, ich schau. Komm her. Zweite Stürzzeit. Zweite Stürz. 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 Alles klar. Hey, bleib hier. Scheiße. Da ist eine kaputt. Okay, hallo Snowskate! Also mein Snowskate ist jetzt gerade die Hälfte vom Abfahrt allein gefahren. Das war nicht so beabsichtigt. Genug Plötzchen für heute.